Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen 50. Eppelblütenfest 2012. Ich bin die amtierende Blütenkönigin Katharina II. und hoffe, dass jetzt das Wetter beim Umzug halten wird. Und das Wetter spielte mit. Der große Festumzug am Sonntag bildet traditionell den Höhepunkt des fünf Tage andauernden Volksfestes in Naurott. Hunderte Zuschauer säumten die Straßen, um den Festzug zu bewundern und natürlich ihrer Majestät zu huldigen. Mir hat es sehr schön gefallen. Der Umzug ist sehr ansprechend, schön gemacht für die Kinder. Es ist nicht ganz so viel los, also passend für die Vororte. Und es war einfach sehr schön. Das Wetter hat mitgemacht und hat mir gut gefallen. Da der Umzug immer mit dem Muttertag zusammenfällt, übt er auf eine dementsprechend feierwütige Klientel einen besonderen Reiz aus. Wir haben das ganze Jahr unsere Kinder und unsere Männer soweit vorhanden und kümmern uns. Und dann haben wir gedacht, so zum Muttertag müssen wir auch mal einen drauf machen und es uns gut gehen lassen und es feiern. Und deswegen sind wir heute hier auf dem Apfelblütenfest in Naurott. Na dann, alles Gute zum Muttertag. Und nun ja, Prost! Das war's vom diesjährigen Apfelblütenfest 2012. Ich hoffe, Sie nächstes Jahr begrüßen zu können. Tschüss!